Schöne guten Mütten, Gianni und David aus dem Kraftmagerzeiter Lützebüch bei Kick Your Fit. Willkommen für die nächste Technik of the Week. Das kann doch immer machen. The Punch gesehen, hauptweise ist ein Alternativ, den Hammerfest. Okay, was wichtig ist, denkt und macht dich schon gesund. Er ist dumm als Pausen, okay? Eklig, zweiklig, dumm als Pausen. Aber den Hammerfest, schau mal mit diesem Tisch. Okay? Ich weiß nicht, ich kann gucken. David? Okay, mein Hammerfest. Boom. Ich hab mir gesagt. Boom. Für den Hunde. Boom. Boom. Für uns zwei gestern muss es nicht sein, dass er feuchtig vor sich steht. Wenn er feuchtig vor sich steht, mein Handy rup, auch nicht stehen rein. Zweitens. Die kennt ihr alle gut Nostrigs und Noblings. Was machen die? Die hören die raus und raus. Boom. 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 Wir machen den Schlauchl, was wir verkaufen. Das ist ein neuer Gart. Ich hab ja nie über den Laut. Kommt doch an der Mutterfarsch. Okay? Das ist dein neuer Feuchtigposition. Wenn ihr über den Laut, alle drinnen euren Hüften. Boom. Und mich schlauern. Okay? Wenn ihr über den Laut, mein Hüft drängt. Boom. Und das ist schlauern. Để mal arbeiten. Es ist auch alle gute Prats. Susungen bald und wir drinnen. Du hast deine Position Neu-Tr. Okay? Mach mal die Feuchtigposition. Position Feuchtig. David? Okay. Mach mal deine Feuchtigposition. So. Als geht es ihr über den Laut. Elbo up. Dann wird es ihr über den Laut, aber schlauern. Und mir kommt es weg. Neu-Tr Position. Position Neu-Tr. Okay. Feuchtigposition. Ihr Beg irre das Laut. Elbo up. Arme Schuhe. Back to the crew. Lauf und ich absagen, machen wir alles. Ei, ab! Ei, ab! Und die letzte Kalle, und ab! Okay, let's do it!